Weil die alle so schlecht sind. Keine Ahnung. Erstmal alle Wände machen, ne? Vor allem die... ...die da. Wie lange zurück geht das schon? Ähm, ich... ...2 Wochen. Ne, 3 mittlerweile. Oh, korrekt. Ich hab gestern angefangen. Ey, hier auch noch. So krass aufs Fick, das ist so heftig. Ey, da ist die Drohne. Hier, 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 wer kann hier noch? Was? Da ist die Drohne. Alter. Und der läuft genau in der Sekunde. Machen wir das zu. Hier, lang, hier. Ich hab schon, ich hab schon zwei Wände zugemacht. Mach ich... Hast du jetzt? Wer macht das? Ich mach jetzt Fortschreien über allen hin, okay? Ey, grüß dich! Mann, bleib! Ey! Ey, die werden gefickt, Alter. Hier kommt die Stadion. Ey, Mann. Jemand hat mich abgeballert. Was, ihr das? Mhm, ich ballerst gar nicht. Ich bin nicht so'n Arsch doch wie du, Alter. Oh, du hast mich zweimal gefickt, Alter. Und einmal geschossen. Nein! Shit! Ich hab den fast gehabt! Ich hab Nitro-Handy auf den geworfen, ne? Und dann... ...hat der einfach... ...lack... ...geballert. Ey, geht's! Uh! Mann, Alter. Ja! Ja! Oh, der hat dir voll in die Presse gegeben. Ohne Witz hab ich gesehen. Mann, ich geh pinkeln, ja. Ohne Witz. Die ziehen uns. Ah, da liegt ja noch meine Gurke von gestern. Da kommt einer mit Schild, ne? Den ich jetzt markiert hab. Der ist mit Schild. Hast du den... Hast du den wenigstens, äh, gehettet? Boah, ich zieh nix, Alter. Ja, da war hier wieder. Hallo! Hä, wie markiert denn, wenn ich tot bin, in diesem Modus? Reieck! Reieck! Reieck, okay, danke. Reieck, okay, danke. Ich drück dich, aber... Ah, okay, so scannen. Der hat sich gemessen, oder? Der hat sich gemessen, oder? Fahm geblendet! Ja, ich weiß nicht. Ach... Ach so. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Sledge, damit wir die Granaten in ihren Arschloch stecken können, und die da drin explodieren. Ja, ja, ja. Darf ihr dann nehm ich? Warte, ich nehme. Okay. Oh, jetzt nehmen wir die auseinander, Alter, ohne Witz. Und jetzt mach ich Punkte. Wer ist erster? Boah, ganz knapp. Aber... Ja, ich sag diesmal richtig. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Ey! Ich hab gestern Nacht bis... Also, ich hab gestern Abend... Nein! Gestern Nachmittag um 4.30 Uhr angefangen zu spielen, ne? Bis heute Morgen 8.50 Uhr. Und? Weißt du, was ich dann gemacht hab? Ich hab bei der Arbeit angerufen, hab mich krank gemeldet, um weiter zu zocken. Stark! Stark! Auf jeden Fall, Junge! Da ist ein richtiger Deutscher hier. Ja, ne, Deutsche gehen arbeiten. Egal. Boah, Punkte! Punkte, Mann! Egal, Punkte bei jemand anders machen. 5 Sekunden bis Einsatz. Ah, fuck, geht nicht. Niemand ist da. Geisel in Sicht. Egal. Dann mach ich erstmal die Kamera kaputt. Mann! Junge! Hör auf damit! Schrauf, Alter! Schrauf, Alter! Ich spring uns in die Luft. 3, 2, 1, go! Ey! Junge, ich war das nicht, Alter! Warum kühl dich! Ja, wo warst du? Ich hab's genau gesehen! Du wendert im Kopf, ne? Ich schwöre, ich war das nicht, ja! Die Jungs sind behindert! Mann, die külten sich jetzt auch selber, Mann! Junge, ich war das nicht, Alter! Ey, das hast du jetzt... Tut's mal... Wer war's? Wer war's, deiner Meinung nach? Den tült' ich doch nicht. Junge, mach doch das, deswegen musst du nicht jemanden umbringen, Alter! Ich hab mich ja auch, ey! Ich war doch ganz schiefen, ja! Ich bin direkt in so eine Falle reingelaufen. So, Alter! Scheiße! Junge, du hast das extra gemacht, ne, Alter! Was? Nein, ich hatte die, äh, Granate aus Versehen in der Hand. Drei Sekunden lang. Oh, hässlich, Alter, ja! Ja, ich hab Selbstmord, am... Selbstmord, am... Selbstmord gemacht, hab ich. Boah, der rasiert noch richtig, Alter! Guck mal, der hat... Zuletzt hat der ne... Guck mal, der hat... Schreit der zu mir, ha-ha, verarsch! Hä? Bist du dumm oder so? Bist du dumm? Mann! Mann! Okay, das war... Das war... Das war der Rest, fertig. Ey, wer war das? Ich hab doch mit euch, Mann! Was? Mission gescheitert. Eigener Operator gescheitert. Holger, du hinderte, Mann! Wie geil ist das denn, Alter? Der hat deinen Fahrer gekickt! Super, Junge! Wir haben verloren! Noch ne Runde! Einer geht noch! Einer geht noch rein! Einer geht noch! Ey, ich will den weg haben! Der ist voll scheiße! Ups, ey, Alter! Deine Mutter stinkt nach... ...verfaulten Eiern! Erstmal verdächtiges für alten Mellen! Die Däuse... ...die Däuse... ...däusex- Die Däuse... Cs sind die Däuse... ...däusex- er hat auch so eine Runde wenn man nicht er ging in der Woche im Falle noch weg Prozent er hat ja ein Lager hat die Erinnerung das Leben abfahrt die Wörter aller der Städte nach der Türkei Nein, da steht ALA TÜRKAR. Ja. Ich hab die ganze Zeit ATTÜRKAR gelesen, Mann. Ja, nein. Ich hab die ganze Zeit gelesen TÜRKAR. TÜRKAR. Nein, normalerweise heißt es Mohamed. Ich heiß Kevin. Wie ist denn? Ne, allein in der Wohnung. Ich hab ne eigene Wohnung, bin 18, heiße Kevin. Deswegen will deine Mutter auch deine Wäschbestände haben. Ja, weil ich hatte den jetzt zwei Monate. Weil, ähm, ich hab keinen. Ich bin zu arm. Schutzplatteneinsatz. Irgendwel. Aber du hast eigene Wohnung mit 18. Ja, locker, irgendwie, ne? Der Lash, Bruder. Ey, ATTATÜRK, weißt du was? Ich ATTATÜRK, weißt du was? Hinter dir zur EINE. Ey, wir haben, glaub ich, alle kaputt gemacht. Und die dürfen jetzt 20 Sekunden gar nichts machen. Es ist einer. TÜRK, also Mohamed. Ey, ATTATÜRK, wie heißt du eigentlich? Ich HEN. Noch 5 Sekunden. Ich HEN? Okay, ich ne, ich nenn dich einfach ATTATÜRK. Ist einfacher. Ey, die kommen eh alle von da. ATTATÜRK, Alter. Schreibt scheiß Sachen zu mir. Der lebt nicht, man. Ja, bitte, bitte, alle. Bitte. Scheiße, Alter. Der ist tot geile Sache. Der ist tot, man. Der ist tot, man. Der ist tot, man.